Ungewöhnliches Verhalten melden. Häuser verbarrikadieren. Jeglichen Kontakt mit Infizierten vermeiden. Auf offizielle Anweisungen warten. Warten. Alle Zombie-Huren-Söhne killen. Das ist meine Anweisung, Baby. Das war mal eine echt schöne Gegend. Was war das? Vorsicht! Wir stecken hier echt mächtig tief in der Scheiße. Oh Gott! Wer zur Hölle packt ein Evakuierungszentrum in den verdammten 30. Stock? Denkt positiv. Vielleicht ist der Heli ja aus Schokolade. Warum ist hier niemand? Hallo? Das ist alles nur ein Traum. Jemand da? Alles nur ein Traum. Alles nur ein Traum. Die sollten uns doch retten. Gab wohl eine Planänderung. Feuer einstellen! Es kommt von der Brücke! Mich hat's doch nicht! Ich werde nicht mehr auf den Weg gehen! Ich werde nicht mehr auf den Weg gehen! Ich werde nicht mehr auf den Weg gehen! Das ist alles so schwer! Oh Scheiße! Nicht vergessen, Kleiner. Alle Zombie-Hurensöhne killen. Feuer frei! Ich bin nicht so weit gekommen, um jetzt zu verrennen. Ich bin nicht so weit gekommen, um jetzt zu verrennen. Und Schwierigkeitsgrad normal lasse ich mal. Und Charakter zufällig lasse ich auch. Ja, dann geht es jetzt auch schon los. Haben die uns gesehen? Die haben uns gesehen und kommen nicht wieder. Glaubt, der fliegt zum Einkaufszentrum rüber. Bewaffnet euch, ich fürchte, das wird ekelhaft. So, jetzt nehmen wir uns erst mal hier so ein. Wie heißt das? So ein Verbandszeug. Eine Waffe habe ich ja. Gut, dann würde ich sagen. Ich glaube, ich mache mal die Musik leise. Okay. Gut, dann laufe ich jetzt mal los. Also, ich habe schon mal angespielt, aber nur in... Äh, leicht. Und ja, da bin ich locker durchgekommen. Und ich mache auch noch den anderen Tonleister. Hier. Weil das jetzt gerade echt ein bisschen laut. Also, ich mache noch einen. Okay. gut also dass so viel kommt hätte ich jetzt nicht gedacht bei normal aber okay ich denke schaffen wir trotzdem so jetzt habe ich in beiden händen eine pistole dann wird es schon ein bisschen leichter und ja los geht es muss in die richtung wir müssen irgendwie um das feuer rum okay So, was hat's denn hier schönes? Das ist nix, dann geh ich mal hier rein, auch nix, okay, ich hör schon wieder was, hier geht's nicht weiter, dann werd ich jetzt wahrscheinlich wieder raus müssen, genau, die schießen schon wieder rum, aber, okay, es hat's kurz geleckt, aber egal. Nein, wir müssen, wir müssen schon unten rum, aber wo weiß ich jetzt nicht. Ich geh mal hier außen rum. Scheiße, das war jetzt ein bisschen doof. Okay, das war jetzt ein bisschen arg viel, aber okay, wir sind durch. Hier waren wir, glaub ich, noch nicht. Hier. Hier. Nein, die Türe geht nicht auf. Kein Aufzug! Die auch nicht. Wo geht's denn lang? Das find ich jetzt irgendwo ein bisschen komisch. Hier vielleicht. Geht auch nicht auf. Vielleicht hier. Nein. Hm. Hier waren wir überall schon. Nein. Das find ich jetzt echt sehr komisch. Wir müssen doch, wir müssen wahrscheinlich eins nach oben. Oder nach unten. Ne, wir kommen ja von oben, also nach unten. Ja, da ist ein fett Arsch. Ich nehm mir einen Schuss. Und hier ist Feuer, da kommen wir nicht durch. So war's. Jo? Ne. In die Richtung müssen wir. Ne. Ah, da, okay. Das Dürf ist, das Dürf! Aufpassen! Lade nach! Oh Gott. Oh Gott. Ich sollte nicht so viele Verbindete töten. Ach, da ist ein Kutz. Oh Gott. Nein, Armiga! Das ist so im Fall. Das ist so im Fall. Lade nach! Oh. Lade nach! Lade nach! Da kommen wir nicht durch. Da kommen wir nicht durch. Ich habe schon ziemlich wenig Leben, aber es geht noch. Ich gehe jetzt mal kurz rüber zu dir, oh jetzt sterbe ich selber gleich, ok der ist gestorben, das war jetzt nicht eine Hilfe weniger, weil wir zu langsam waren, aber gut hoffentlich ist es nicht so schlimm. Was ist das? Die Kugeln tun weh! Jetzt muss ich selber mal auf mein Leben hochkratzen. Oh, 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 das war jetzt echt knapp. Puh, ok, sie heilt mich, finde ich nett. Danke. Danke. Ja. Da ist das kass. Oh, oh, oh. Das ist hier richtig, als die Tüde hier. ich glaube ja ich dachte wenn es brennt sondern jetzt im fahrstuhl benutzen was ein albtraum beschissene zombie apokalypse ach ständig ich wieder da scheiße was machen wir jetzt ruhig blut kleiner wir packen das schon wie heißt du alles ich heiße alles hey bin rochelle und du war es eben echt gut okay jetzt ist sehr viel rauch da vorsicht hinter der tür wartet vielleicht ein begrüß ich meine ich werde abdrehen ich meine ich werde abdrehen ich bin hier lecker auf ein bisschen äh jetzt sind wir verließe ich will gar nicht wissen wie das auch schwer aussieht der verließe der ist super ich werde zu schnell wie möglich versuchen hier rauszukommen Waffen? Nee. Yeah, Waffen. Genau. Aber ich hab ne Waffe. Die Muni reicht auch noch. Also, reicht halt. Der Erkenntnis wirklich sehr schlecht. Ja, jetzt seh ich so gut wie gar nichts mehr. Ja, jetzt seh ich so gut wie gar nichts mehr. Lade nach! Lade! Wir sind am Feuer vorbei! Lade nach! Ach, hier. Oh, jetzt hab ich noch ein bisschen Waffe. Wachträcht, die wechselt nicht Wachträcht. Lade nach! Lade! Jetzt wird's gut. Oh, ich bin fast tot. Langsam! Muss mich erstmal verarzt. Das war jetzt echt knapp bei mir. Oh, ja. Oh, ja. Ja. Dann muss ich ein bisschen besser aufpassen. Lade nach! 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 Richtung Uhr. War echt stolz auf euch Leute! Bis zum nächsten Mal!